Und dann sagen wir doch mal hallo und herzlich willkommen zurück zu Seven Days to Die. Ich bin der Zobauk, mit dabei ist der Ruche und die Schlumpfine natürlich. Hallöle. Und wir haben Rufo. Ja. Wir sind auf jeden Fall rechtzeitig. Wir sind schön rot aus. Auf jeden Fall rechtzeitig. Ich glaube, das mit den Schrumpflinden haben wir doch ein bisschen doof gebaut, ne? Ich glaube, die hätten doch ganz nach vorne gemusst. Ja, aber wenn die dann kotzen, dann sind sie ja gleich weg. Das stimmt, das stimmt. Aber ich meine, was rum, wenn die dann dreimal geschossen haben, bist du auch weg. Ja. Na gut, ich meine, irgendwas ist immer. Wir können es sehen. Jo, jo, klar. So. Ach, wie schön. Warte, ne Ruhe. Vorm Sturm. Mhm. Fehlt jetzt bloß noch eine Schreiheitspforte-Zombie-Horde und dann. Ja, und dann haben wir das. Mhm. So, was habe ich denn noch? Ach, dann pass mal auf die. Darunter. Klappt schon. Waffe-Werkstirn wäre vielleicht auch eine Idee. Vielleicht mal Waffe laden. Wäre auch eine Maßnahme. Ah, ja. So, Roku, mach schon. Press, press. Hörner, gut, gut. Gut, gut. Besser ist. So, warte mal. Jetzt warte mal gucken, ob wir mal ein Pünktchen. Oh, hier draußen kloppen sich gerade zwei Katzen hier. Oh, der bleibt bei dir da hinten? Also nicht hier hinten. Das wäre ja nochmal was. Zwei Katzen schmeißen Schuh. Schmeiß den Schuh. Genau. Katze hat mir mal ein Pünktchen auf. Und dann? Tja. Umgelaufen, ne? Und pass mal auf, gleich ist es 22 Uhr und dann wird es schlagartig dunkel. Mhm. Ach, ich meine, wir haben ja Licht überall, so ist es ja nicht. Das ist wohl wahr. Muss dann nur gucken, wenn wir hier irgendwas runterschmeißen, was auch immer, dass wir dann hier die Löcher benutzen, wenn ich versuche, hier ein Pünktchen hier zu schmeißen. Das machst du nur einmal, das merkst du denn ja. Ach, ja. Überleg mal am besten, das ist mit der Rohrbombe. Ding, 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 ding. Oh, nein. Kommt besonders gut. Aber ist ja nur Beton, also von daher war nichts. Ist nicht so schlimm. Auch ein Witz, ne? Habt auch nicht verstanden. Was geht's los? Wir stehen hier schon bereit. Wenn's doch schon zu Ende wär. Na. Wir wollen noch Spaß haben. Ja, ich glaub' auch. Oh, noch ein paar von den Zombies hier. Mein Nahtod muss wieder weg. Ah, okay. David Blut schreibt gerade hinter Gittern, der Zombie-Knast. Na ja, kommt drauf, wir sind auf der richtigen Seite auf jeden Fall. Oh, hier, direkt von der Nase. Wie hast du nicht geladen, was ist das denn? Wo denn? Wo denn? Wo denn? Wo denn? Wo schießen die denn? Ach, da kommt sie doch gelaufen. Guck mal. Ja, also, ne? Da sind wir doch. Na, komm, lass' gehen. Wer spuckt denn da? Ja, ja, ich bin. Ich hab' die armseilig, was da gibt's. Also, hier ist auf jeden Fall gar nichts. Hier, wo ich bin, da kommen sie. Wir hatten aber auch noch keine, äh, was fällt mir gerade ein, die, ähm, die Bomben-Jungs, ne? Äh, die sind die verletzten wir schon? Nee, die waren noch nicht da. Ich hab' mich angewiesen. Ja, komm schon. Meine Drohne hat gerade ein schlechtes Gefühl. Deswegen. Beringer schreibt gerade, hat Zobarock etwa Schiff. Die haben doch nur Hunger. Die, die haben keinen Hunger. Ich frage mich in die Suche. Die wollen nur in, äh, Übung bleiben. Reine Mordlust. Ja. Oh, da piepst irgendwas. Uuuuuh. Ich lade doch mal ein bisschen schneller. Was machen sie bei der Hütte da, sag mal? Was ist denn da los? Ja, die hauen noch hier dringend, dass die Laternen hier dringend ist. Ich weiß ja auch nicht, oder? Da kommen sie wieder. Ich muss sagen, zum Glück habe ich die Drohne gebaut. Also, ich hätte es echt nicht festgestellt, dass sie nicht alleine sind. Alter, das sind doch ein paar, ne? Was für eine große Wolffekt zu nehmen. Oh. Ich will nicht aufheben. Ich will nicht aufheben. Ich will nicht aufheben, Mann. Schöne! Schöne! Oh kaputt! Wir gehen, wir gehen, wir gehen, wir gehen Oh, mein ist auch gleich fertig Autsch! Wer war denn? Wer war denn der? Wer war denn der Politiker? Wer war denn der Politiker? Wer war denn der Politiker? Oh, das ist kaputt! Oh, nein! Schöne! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh! Oh, nein! Oh, nein! so die sind auch dämlich, ne? Die sind echt dämlich, wie man das sieht, ne? Mit dem Stacheldraht, ne? Anstatt einmal durchzulaufen, nein, die laufen die ganzen, ganzen Längen durch. Au. Wieder kaputt. Auf meiner Seite hielt ich noch ein Intelligenz. Die hat's aufhören können, ne? Die hat's aufhören können, ne? Die hat's nicht mehr dabei, sondern es ist wirklich eine gewatzt. Die bleibt da stehen! So. 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 Och, die Hühnchen sind da. Ja, ja, auch irgendwo. Keine Ahnung. Na gut, dann kann ich ja auch Späne. Lapp doch steh'n denn. Ich glaube, wir sind hier, aber auch hier. Wacken rumgeballert hier. Furchtbar. Leute, Leute. Wacken rumgeballert hier. 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 Entschuldigung. Wir hatten gerade wieder ein Zombie hier im Garten bei uns. Ach nicht doch. Wo ist er? Wo denn? Hallo? Hallo? Wo ist er? 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 aus jeder richtung aus jeder richtung die müssen hier auf den hof sporen doch da waren er mal gucken ob die irgendwo sich reingebuddelt haben ja einer ist hier drin ich sehe das schon kann jetzt hier nicht vorbeilaufen sich mit den Arsch geschossen ja er hat das schon ein bisschen Leben gekostet ja ich habe auch einige Ballett gekriegt aber nur so halbwegs können aber nicht durch sein habe ich es auch gerade angucken ja ich bin gerade am gucken ja warum ist hier gerade Nebel sag mal ja passt jetzt wunderbar ne ja hier ist alles heide also ja Tor ist noch dicht also aber wir haben noch einen Block gesetzt ja eben aber die könnten eigentlich hier drin sporen hast du mal geguckt welche Reichweite der hat ja der passt also das passt ja eigentlich mit der Größe hier ja 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 du hast das ja Ist der reingeübt hier unten? Oh, der hat sich gerade selber gefühlt Und? Ach, ne? Ach, ne? Master, we are not alone Master, we are not alone Also, ich würde sagen, also unsere Selbstverteidigung, das funktioniert hier mit der Mh Das hilft Alter, freut mich das hier Ist nicht mal ruhig hier Oh Da bist du Mensch, ich bin schon gewundert Halt Halt, wirst du wohl die richtige Knarre Out Hab ich getroffen? Ja, komm her Hab ich dich getroffen? Ja Ja Soll ich pusten? Entschuldigung Äh Nö 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 Das Viecher. Da, der Toba-Mann ist auch da, siehste. Ich bin fast vermisst. So. Autscher Backe, aber Gott ey. Einerne spritzt auf mich. Junge, 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 Junge. Hallo, Marek, schön, dass du reitschaust. Herzlich willkommen. Oh, 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 oh. Hatte ich das vorgestern, Bartana auch. Innerhalb der Basis an Tommy gesporned. Ja, ich... wäre schon komisch. Na gut, man... kann ja mal passieren. Normalerweise, wie gesagt, wenn man in einem Gebietsblock sitzt, ne? Normalerweise dürfte ja nichts passieren. So, lass uns mal kurz verschnaufen hier. Warte mal, achten müsst ihr mal. So. Erste Hilfe. Darf gerne mal repariert werden. Oh, das ist aber jetzt knapp. Ich hab genau 0,55 Schuss über. Ich muss noch vor, ich muss schon einmal nachholen bisschen. Ja, ich bin auch noch mal unterwegs. Und ich glaub, das war's, ne? Ne, da kommt nach vorne was. Doch, da höre ich noch was. Vorne hab ich noch was gesehen. Ich glaube, das ist am Anfang 30, aber ich sehe hier nichts mehr. Da. Da. Oh, das ist mit unserer Munition. Da war ich zur Neige hier. Ja. Da. 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 Ich hab noch mal gehört eben. Aber so viel Loot haben wir gar nicht fallen lassen. Ne. Okay. Ich find das ne Schweinerei. Wir haben da so viel Munition rein. Wir müssen echt sehen, dass wir mehr, ähm, mehr mit dem Model drauf machen. Viel mehr. Weil da sparen wir echt Munition. Alle Jungs, die brennen sich dann selber weg, ne? Ah, hier ist einer. Ja, guck mal, mein Freund. So. Wieso gehen die Tüli auf? Ist es endlich Frieden oder was? Wird ja nicht Frieden. Das stimmt doch, oder? Was? Ich höre nichts mehr. Ich höre nichts mehr. Ich höre nichts mehr. Ich höre nichts mehr. Ah, hier daraus kriegt sich noch einer. Jürfi. Da hätten wir noch eine Achtung. Achter und Vorsicht da drüben. Ähm. Hinter dem Block ist noch einer. Aber auch nicht mehr. Das war mal. Gesundheit. Ja, dann lass es mal raus und rein sammeln. Aber trotzdem, wir haben echt viel Munition verheizt, ne? Mal lieber freuen. Ja. Ach Mist, wir sterben. Da kommt noch einer. Achtung. Wie denn? Ich glaube, so ganz sicher sind wir nicht. Werden so manche hier irgendwo noch festhängen? Ja, jetzt ist Ruhe. Jetzt ist Musik weg. Jetzt ist ruhig. Ja. Jetzt kommen wir ganz in Ruhe mal. Die Musik ist weg. Looten. Mist, da komm ich gleich hin. Komm ich da hin? Nee, komm ich nicht. Schade. Au, au, au. Das verrech' ich auch in den Spikes hier. Mal den muss ich mal wegkloppen. Da kommst du gleich hin. Betten Style. Ja, das ist alles nicht so dolle, ne? Na, guck mal her. So ein paar Kisten Munition wäre echt super. Mhm. Wie sind denn da hingekommen da hinten? Wir reden ja auch teilweise durch die Spikes, sonst würden sie gar nichts mehr, ne? Naja. Eben. Hier ist auch noch was. Jetzt aber. Au. Sollst du sowas tun, Rohrer? Mhm. Wie, bist du tot? Nö. Noch nicht. Kann noch kommen. Ähm. Ah, dann muss das so sein, dass irgendwo ein, äh, vom Gebüßblock irgendwo in der Ecke nicht abgekappelt wird, dass er nicht ganz 100 pro passt. Hm. Da musst du jetzt mal aktivieren und dann kannst du es ja sehen. Ja, ich hatte das mal schon geschaut. Ja. Hier auch ein Schädiger Hauen. War's das? Stink doch, ne? Sieht so aus. Ja, war ja nicht so viel. Nö. Habt ihr alles? Nee, hier ist noch eine auf der Mauer drin, aber da komm ich nicht hin. Und ich will das auch nicht riskieren, da ich eh nur noch hier fünf Leben hab. Aha. Kommst du so nicht ran, Rohrer? Hoch? Ja, mit wie viel war's jetzt? War nicht viel. Ja, wir hatten das schon besser, ne? Ja. Ich fand's jetzt extrem wenig. Ja, aber Pallo, hallo. Ach, munitionsmäßig, aber ehrlich, verhitzt eigentlich. War jetzt gar nicht so groß. Wir haben ja echt ne Menge Munition verheizt, das muss ich echt mal sagen. Ja. War nicht ohne. Da kannst du nicht drauf drücken, ohne dass du im Ballet bist, das leer ist? Nee, das mach ich sowieso nicht. Trainiert den Zeigefinger. Ja. So. Wie steht hier irgendwie an? Gibt da was noch im Sinn? Jetzt wollen wir nicht weiter an der Kaffee, oder was? Ja, okay. Na, nächste. Also fürs nächste Mal auf jeden Fall wesentlich mehr, ähm. Ja. Da müssen wir wesentlich mehr von haben. So. Ähm. Bücher. Warte mal, ich mach hier rum. Dose, 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 Dose. Ränder mit? Ränder mit? Ah, hier sind ein paar Bücherchen, die gar nicht mag. Benutzen. Das ist schon mal Schrot. So, sagen wir hier noch Kleidung. War mal die? Das ist immer noch jemand dringend. Ei. Ne. Fall. Ich schaff das. Medizin. Was ist das? Honig kommt da wieder rein. Ein bisschen Messing habe ich aber in den Rucksäcken gefunden. Acht Messinggriffe. Ja, ein bisschen war auch schon. Fünf Pokale. Und das normale Messinggriffe mit 43. Genau. Da kommen noch mal ein paar mehr. Nächste Runde sieht schon schlimmer aus, Behringer. Dann war noch mehr Spahn. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Also da habe ich bei der letzten Runde schon gesagt, es wird schlimmer. Schlimmer ist es jetzt eigentlich nicht geworden. Ich habe nur das Gefühl gehabt, dass es einfach nur länger gedauert hätte. Sie haben sich mehr verteilt. Ja, aber die sind ja fast aus andere Richtung gekommen irgendwo, ne? Ja, eben ja. Ich habe mich ein bisschen mehr verteilt. Also die lernen doch, ne? Ne, tun sie nicht. Sie sind dumm wie Bro, da ich meine, ne? Man kann es ja mal hoffen. Ähm. 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 Wo habe ich den? Ähm. So. Ach, hier ist gut. Ach, warte mal. Ich habe da noch ein... Was? Zeilen. Zeilen, Zeilen hier. Spurze. Das war das, ne? Na gut, aber ich denke mal, da haben wir jetzt auch keinen weiteren Einfluss drauf, ne? Ach, jetzt habe ich mein Bier rein. Oh Gott, nein. Was? Es läuft ja erst mal ein Bier. Ach, Mann. Ich habe auch Hunger. Sag mal, der, der Honig, ne, der hilft doch bis 5, ne? 5 Prozent, ne? Bis 5 Prozent, ja. Gut. Äh. 2,2. Siehste. Gut, aber die Folge ist schon wieder durch. Ha. Ja. Das war ne kleine entspannte Zombie-Folge. Ich bin mal gespannt, ob wir das irgendwann mal hinkriegen, dass die ne Stunde lang werden, ne Zombie-Folge. Aber ich glaube, das schaffen wir nicht. Wollen wir nicht aufmachen? Kann das schnell passieren? Ja. Ich glaube nicht. Meinst du? Ja. Gut, dann sagen wir nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.